Hallo, hier ist Sitzet und ich zeige euch heute mein Video zum 6.20 TNA HAN auf meiner PSP 1000. Wie man an einem Extras-Reiter erkennt, ist mindestens die Version 6.20 installiert. Aber hier sieht man nochmal Version 6.20. Nun starten wir die Pattern 2 Demo und darüber den Half-Byte Loader, um den HAN zu starten. Und dann sind wir die Pattern 2 Demo und darüber die Pattern 3.20. Wenn man die .pbp-Datei in dem Pfad .hbl.menu durch die pbp-Datei des Hens ersetzt, startet direkt der Henn und man muss es nicht erst in dem Homeloader-Menü auswählen. Ebenfalls benutze ich hier die Revision 101, da diese am stabilsten mit dem Henn zusammenarbeitet. Wie man an dem VSH-Menü erkennt, ist auf jeden Fall dieser Henn installiert. 6.20-CNA-Henn Start jetzt das Homeroom, psp-Pfiler, version 6.6 Wie man sieht, startet die psp-Pf.